ja und damit seid grüßt meine freunde der schnee stormtrooper und seid grüßt meine lieben zwerge gnome hobbits und natürlich wie jedes mal wie jedes let's play wie jeden part auch ich glaube zu einem neuen let's play zu einem neuen part lego star wars das erwachen der macht mit mir den zwergfürst die kamer hat aber gerade einen sehr sehr ruhigen schwenk heute zweiter hier aus der sicht eines oder zweien aus der sicht von zwei der stormtrooper tipptopp die jäger okay das ist so ein freies spiel dingens gehen wir erstmal zum es ist eine bonus mission die man im freien spiel freisch halten könnte werden wir auch wahrscheinlich machen wir gehen jetzt erstmal hier zum oder auch nicht gehen zur story quest die ist versperrt da scheint man frei mein lieber und wohin seid ihr beiden unterwegs zur arbeit im gefangenenlager nein das wird nichts ich habe nämlich ein paar aufgaben für euch ich brauche ja ich brauche etwas was einem unserer gefangenen unbehagen bereitet außerdem brauche ich galaxis klubler und einen modus spiel controller um den geheimnisverrat zu belohnen nein für meine pause na dann mal los mit euch ok wir haben eine kurze side quest die wir bis aussieht erledigen müssen bevor wir reinkommen und dann brauche ich den hier mit dem netten flammenwerfer nice sorry dass du im weg stehen musstest und was keine unterhosen angezogen kommt da nicht rein in die kälte kammer na klar in dieser kälte kammer ist es zu kalt aber draußen auf dem eisplanet ist es nicht zu kalt alles klar und das sieht auch noch ein ding aus was wir im freien spiel erledigen müssen dafür bin ich sehr dafür würde ich mich sehr aussprechen dass dass wir das machen das freie spiel davon wäre ich ein fan wie wir das machen würden kann leider nur der hier nein das andere wer macht denn das denn nun du kannst das machen aber nicht auf die art sind das nicht bomben dinger ah doch das geht goldene steine können mit dem flammenwerfer zerstört werden ok was sagt er mal schnell ja komm wo ist denn das suchte stück was wir benötigen hier was zum wie zum was zum wo ihr seht hier ist noch ein bisschen auch kamera bitte einmal schwenken kann so nicht arbeiten ihr seht schon wir machen noch hier ein bisschen vorbereitung kann einer von euch diese box da stören ganz freundlich danke wenn ich da drüber springe bin ich auf punkt 0 also irgendwie ja war doch ja nicht so schwer so ein teil brauchen wir noch ich breche immer meinen satz bei der hälfte ab ich bin so ein halbsatz sager ich würde sagen dass wir heute noch so ein bisschen außerhalb des story modus am anfang sind und nicht sofort ins story geschehen einsteigen es tut mir leid aber zuerst muss das erledigt werden bevor wir in die story starten können 15 schritte noch hier muss es sein das teil brauchen wir so schieb wir können den blaster des schneespieders benutzen ich bin jetzt noch weiter schieben soll ich das jetzt noch weiter schieben oder musst du jetzt mal kommen mit deinem flammenwerfer ok da ist was was wir machen sollen dann wird das andere jetzt wohl egal ach so das wird dadurch zerstört nice hätte ich nicht gedacht so alle drei sachen gesammelt zurück ich wusste nicht dass unsere vergebungsoffiziere so gemeint sind mit einer feder mit einer feder den sträflingen den häftlingen die sträflinge sind es ja nicht meistens sondern das ist ein imperium den sträfling kitzel das ist in lego immer eine bewährte methode so nächstes level schwarz eins unterlichtgeschwindigkeit auf ihr zeichen verstanden basis rote staffel blaue staffel bereit machen raus aus dem hyperraum und wieder ein Fluglevel herzlichen Glückwunsch ich freue mich ja drüber aber ich beherrsche Fluglevel nicht ok da mal einen dieser Türme zerstört ich sammle mal das Geld ein wie es sich gehört habe ich den Turm zerstört hat es jemand gesehen Präsident jungen wieder ein rink verpasst was ein patron Mist ich schaffe die nicht zu zerstören i taampfsache ich schaffe es zu überleben alles zu zerstören was irgendwie im weg kommt auf jeden Fall wenn wir versagen ist der wir 65 ion kletter rule Also hoffe ich, ihr habt euch aufgewärmt. Ich kann nicht für den Rest sprechen, aber ich bin Brand-Heiß-Schwarz-Eins. Ob, es geht noch weiter. Hab ich erwartet. So, wie feuere ich die Torpedos ab? Hm. Mit X, glaube ich, oder? Feuere ich es mit X, mit A, oder? Ja, mit A. Jetzt bin ich explodiert. Wohin soll ich meine Torpedos schicken? Sinnvoll wäre es auf die Türme. Da, wo ich gerade reingeflogen bin, vielleicht. Nice. Mit Y-Schießen, mit A-Torpedos abschießen. Ich hab wieder ein Torpedos. Die Frage ist, hat es was gemacht? Eins von sechs haben wir ausgeschaltet, was auch immer das ist. Zwei von fünf Raketen. Und freie Spielquester. So, suchen wir mal ein Ziel. Das ist ein Ziel. Jo, ich bin zwar mit explodiert, aber den haben wir. Wir sollten uns um die hier kümmern, oder? Ja, los. Schieß. Ich weiß, ich war außerhalb der Map, aber... Ich muss mich um die hier kümmern. So, zack. Scheint nichts zu bringen. Ich schieße natürlich zwischendurch noch weiter, damit ich solche Dingenske bekommen. Okay, drei von sechs habe ich ausgeschaltet. Da blieben nur noch Dreier. Irgendwo sind noch Dreier. Schieß mal ein bisschen um mich. Dann könnte es sein, dass ich mal einen Treffer und einen Torpedo bekomme. Und drei von fünf. Kanonchen. Jetzt muss ich umkehren. Okay. Ist nicht so clever. Machen aber auch ziemlich Lärm, diese... Diese Tierjäger. Vier von sechs. Kaummein Katze. Und das noch was. Zack. Wieso kann ich das nicht treffen? Wieso treffe ich das hier nicht? Ich fliege doch immer drauf zu. So, los. Zack. Vier von sechs. Das ist negativ. So. Ein Ziel, auf das ich freuen kann. Möglichst kein Tierjäger. Das macht keinen Sinn. So. Wohin soll ich schießen? Wohin soll ich schießen? Sagt es mir. Kann mir hier irgendjemanden kommen? Kommunikation geben? Kann mir hier mal Befehle geben, wo ich zielen soll? Das ist schon mal ein guter Start. Fünf von sechs. Sie haben bestimmt noch Stuff zum Schießen. Da ist noch einer. So sechs von sechs. Perfekt. Wir müssen die Piloten absetzen und zurückziehen. Wir brauchen Hilfe. Ah, Volltreffer. Aber hat nichts gebracht. Heute wir kriegen ordentlich Gesellschaft. Du wirst jetzt diese Fesseln lösen und aus dieser Zelle gehen und die Tür offen lassen. Was hast du gesagt? Du wirst jetzt diese Fesseln lösen und aus dieser Zelle gehen und die Tür offen lassen. Ich stößt doch mal gegen. Du wirst mir helfen von hier zu entkommen. Ich werde dir helfen von hier zu entkommen. Cool, jetzt konnten wir den Werten Stormtrooper kompnotisieren. Den James Bond. Ja. FN 1824. Das Spiel von dem James Bond Schauspieler. Dessen Name mir gerade nicht einfällt, aber er wurde von ihm gespielt. Haben sie glaube ich. Nein, haben sie nicht. Hätte ich ja gesehen. Ja, jetzt bin ich runtergefallen. Haben keine James Bond Pose eingeblendet. Ich glaube bei der Xbox, wenn das Spiel für die Xbox Spiel ist, da ist das, oder für die Playstation ist das Teil, ist diese James Bond Pose mit enthalten. Richtig cool. Stormtrooper und ihre Treffsicherheit. 3 von 20. Landesweiter Rekords. Das ist irgendwie so. Da haben wir die Dialoge. Die Dialoge sind auch hier. Die Dialoge sind auch in der 3DS Version aktiv. Sind auch immer schön, denen zu lauschen. Lohnt sich. Zu lauschen. So. Ich bin der Hypnotisierter. Stormtrooper, der nichts kann. Ach doch, das kann er. Oder was? Jupp, das kann er. Das scheint er zu können. Ich wollte gerade sagen, der nichts kann, dem ich immer nach oben helfen muss. Der mir mal. Warte einen Moment lang hier. Ich warte einen Moment lang hier. Weißt du, du musst nicht alles wiederholen, was ich sage. Ich weiß, dass ich nicht alles wiederholen muss, was du... Tja, der typische Lego Humor. Ich muss ihm trotzdem noch nach oben helfen. Lego Humor ist cool. Auch sehr lustig. Trifft genau meinen Humor. Weiß ich auch schon öfters gesagt. Ja komm, Bau auf. Ich bin immer sehr charmant, der... Lego Humor. Lego Humor. Obwohl mein Humor nicht sehr sehr charmant ist. Mein Humor ist eigentlich schwarzbraun kariert. Ich bin immer noch so ungefähr. Jo, was nu? Achso, das können wir auch umbauen. Einmal... Aufbau und da oben. Und dann fällt es da mal keine Leiter runter. Die können wir nützen. Und zwar darf es nützen, da hochzukommen. So, hier ordentlich zerstören. Und was hat sie gesagt? Habe ich jetzt nicht ganz verstanden. So, einmal schießen. Mal sehen, ob du triffst. Oh, er hat getroffen. Was für ein Wunder. Was die Zeit bei Stormtoppern. Zack. So, dann kommst du mal nach, weil... Och, ja. Klar. Spring runter. Könnte helfen. Achso. Sie kann gar nicht. Sie hat gar keinen... Sie hat gar keinen... Drogenhaken. Da liegt der Haken. Muss ich mal sagen. Und da ist der Haken. Oh, die Brücke sieht stylisch aus. Oha. Das ist doch kein Owen. So, ein Mist. Da müssen wir wohl schnell hier weg. Hier hoch. Oben ist immer gut. Und... Rundturm hältst meistens. Wir gehen tiefer hinein. In das Gemit. So. Hier gilt es, irgendetwas zu machen. Achso. Hab verstanden. Das Teil muss daran geschoben werden. elektrifiziert und aktiviert und weiter jetzt ich kann an der wand lang ach so ja er geht jetzt unten lang und ruhe geht oben lang alles klar hab's verstanden das ist wieder so ein runden oben rätsel wenn unten was freigeschaltet wird kann die oben lang oder wird gerade jemand gefoltert und gefoltert kitzelt so hinauf einmal aufbauen bitte links ok bringt das jetzt was ich kann oben noch nicht weiter dann baue ich es mal rechts auf ok ich stelle mich dort mal hin und dann baue ich es auf der linken Seite wieder auf so jetzt soll es funktionieren das geht zu da komme ich dann nicht mal zurück dann ist es offen dann kann ich hier öffnen und dann geht es auch unten auf Perfekto und da mit dem Luftstrom kann ich nach oben jetzt hier links schön noch die münzchen einsammeln schön noch die münzchen einsammeln die will ich die brauche ich denn ich bin geld geil ja mein running gag muss auch hier sein so aktiviert hoch geht es ich sag mal noch längst nicht alle münzen einsammeln aber ja muss halt sein so euch mach ich tot ihr seid zwar meine kompanen und meine kollegen aber sorry ich muss das tun was meisterin mir sagt also hey so einmal hier drauf ziehe ein gut hypnotisierter stone topper der für die guten zwecke arbeitet obwohl er böse ist nein nicht runterfallen was soll denn der misst was soll denn der misst was soll denn der misst so nochmal hoch so wie hole ich das ist mir ein absolutes rätsel die muss ja irgendwie rüber kommen die muss ja irgendwie rüber kommen die muss ja irgendwie rüber kommen hm wechsel wieso ist die zurück gegangen er gibt doch absolut gar keinen sinn was soll denn der misst hm es ist mir ein absolutes rätsel ja kann ich hier erstmal weiter gehen oder mal gucken ob ich so weiter komme manchmal ist das in nego spielen ja so dass man auch weiter kommt wenn nur einer weiter ist hm hier sieht es aber gerade nicht sehr gut aus das kann ich erst im freien spiel hm hier geht es nicht weiter ich muss doch hier in die leiter hinauf hm und was nu zwei wechseln hm seltsam seltsam hier rüber ah ok die hier jetzt lang einmal ordentlich hangeln hier das sieht doch schon viel besser aus hui muss nicht runterfallen ja dann tanzern ha scheiße so ungefähr ähm so dann sind wir hier auch oben och jetzt brauchen wir den stormy wieder so eine Schande hier und das ewige hin und her ja alleine ist es dann doch lustiger als mit diesem lästigen stormtropper hier zu hantieren müssen hantieren zu müssen heißt das ach so wieder ein dann kann der sich da jetzt langhangeln so hops dann können wir das hier freischalten das war glaube ich schon richtig rot ist in der ringel richtig das klang jetzt sehr falsch in Ordnung dann bin ich wohl fertig mit dir schnell weg bevor er wieder enthypnotisiert wird das brauchen wir ja nicht scheinbar braucht zwayze ihn jetzt nicht mehr verstanden halt aufhör dem bösen zu dienen ach so ein Mist hey du komm zurück weg wieso macht die sowas wieso sagt die sowas was ist haben sie dir weh getan was macht ihr denn hier wir sind hier um dich zu retten erst flüchten danach umarmen wir haben jede menge sprengladungen dabei nutzen wir sie was jetzt passieren wird das weiß ich ich werde euch nicht spoilern das erfahrt ihr im nächsten part den spoiler also falls ihr den film noch nicht geguckt habt guckt auf keinen fall den nächsten part an guckt euch vorher den film an ja im nächsten part geht es weiter Däumchen nach oben soll es euch gefallen haben Däumchen nach unten soll es nicht gefallen haben ja ist auch eine option gefällt mir beides gleichermaßen lasst ein Abo da wenn ihr neu auf meiner kanalseite seid und ja nicht das nächste video verpassen wollt habt habt noch einen angenehmen fürstlichen Tag schaut noch das Video was hier gleich eingeblendet sein wird in der wunderschönen Endcard Haut Rinne gehabt euch wohl bei wieder sie die 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 Untertitelung des ZDF, 2020